Florian muss jetzt wirklich extrem aufpassen und zwar auf sein Handgelenk seit einem Unfall vor ein paar Jahren muss er extrem aufpassen sagte sein Arzt sonst kann es sein dass er bald nicht mehr sein Mikrofon halten kann. Dann braucht er einen Ständer und wer will schon einen Ständer haben und das vor allem wenn es alle sehen können das wäre ihm echt peinlich. Auf der Bühne einen Ständer zu haben die Frauen aber würden sich über den Ständer freuen sie würden es nicht abhartig finden den Ständer zu sehen wenn er sein Mikrofon nicht in der Hand hält wäre es egal ob mit oder ohne Ständer es wäre extrem sagte sein Arzt und deswegen muss er aufpassen und mal zwei bis drei Tage nicht singen. Wie uns sein Arzt gesagt hat würde es ihm extrem helfen wenn sie diesen Kanal abonnieren sonst kann es leicht sein dass er in gut ein Monat schon einen Ständer hat auf der Bühne.